Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays for Mario World 2, Yoshi's Island. Wir befinden uns in Welt 5 und gehen jetzt in dieses komische Möven-Level, die Welt 5-5. Möven-Klippen, ah ja. Hallo Möwe, du bist ein Ei, genauso wie die Blume. Okay, äh, es sind zwar viele Möven, aber was genau? Oh, 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 wie böse. Hey, 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 danke. Dafür wirst du ein Ei. So. Ach, der hatte schon einen mitgetragen, das hab ich gar nicht gesehen. Ähm, what the hell? So. Boah, ich muss mich mal vorsichtigen, weil es gibt hier irgendwie völlig neue Gegnersorten. Äh. So, okay. Ah ja. So. Da oben sind Dinge. Komm auf, die laufen. Ah. Ah. Aber das bringt mir jetzt auch nicht sehr viel. Äh. Okay. Kann ich eigentlich auf euch trau? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Ich wollte eigentlich nicht... Ach komm, egal. Scheiße auf die roten Münzen. sowieso auf screen okay ich dachte jetzt schon das ist mein ende wäre ich will das spiel nur durchspielen jetzt habe ich die rote münze die eine trotzdem gekriegt verdammt interessiert aber irgendwie noch ob in dieser höhere was drin ist hey was wieso wurde ich da jetzt getroffen ist egal ist egal interessiert mich gar nicht interessiert warum auch immer da oben ist so sterne 10 sterne und ein helikopter gibt es irgendwie am häufigsten der helikopter habe ich so das gefühl helikopter absturz hilfe medy medy war okay wo sind die nächsten münzen da sind die nächsten münzen was absolute möwen chaos da oben ist der nächste helikopter los berühren juhu okay was jetzt ach du scheiße da ist das ziel hier noch irgendwas versteckt da oben da 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 jetzt schnell dingens aus zurück und natürlich verfehlen und raus hier hier ist schon wieder ein stamm kreis und alle möwen werden zu sterben es war voll geplant und so moment mal 18 münzen ich hätte vielleicht doch vorhin die komischen münzen darauf sammeln dann hätte ich glaube ich jetzt alles da habe ich sie aufgesammelt ich bin so unwissend ja egal jetzt bin ich eh tot von daher was soll's so so sterne ach so ich dachte dass hier was ordentlich ist sehr schön ich bin schon wieder tot das habt ihr gut hingekriegt die sterne interessieren mich gerade nicht so und ab und ab und wo komme ich jetzt hin wo wir haben jetzt potenzielle münzen ich habe alle münzen aber wo sie sind letzten blumen oh naja dann muss ich es halt ohne blumen habe ich halt nur 60 punkte oder so 80 punkte müssten sein da 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 ha da da dat da 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 daada da da ja das war fair für mir aber THE FED Weil, ähm, naja, weil, weil halt. So, 5, 6, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein und es scrollt wie zur Scheiße. Das mag ich überhaupt nicht. Jetzt habe ich das versehentlich verschossen. Ähm, okay. Ach, da ist ein ganz kleiner Weg in dieser Wolke. Ah, okay. Ähm, wow, Stern. Na gut, dann nicht. Okay. Tja, Lucky, du, das war wohl nichts. So. Waaah. Uhu. Äh, irgendwas schießt auf mich. Ähm. Lucky, du, du ist gesteben. Hahaha, lalalalalala. So, die konnte ich fressen, aber... ...mache ich gerade nicht. Oh, hey, 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 was war das denn? Dafür stirbst du. Tja, tut mir leid, aber nix heute mit mich beballern. So. Was ist hier drin? Eine Blume, juhu. Okay. Okay. Wow, das habe ich ganz vergessen. What the hell? Was geht mit euch bitte ab? So. Oh, Scrolling-Level gehen so schnell, ich kann mich vor Geschwindigkeit überhaupt nicht einkriegen. Ich frage, welche Wolken schmecken. Weil die Yoshi scheinen sie ja zu schmecken. Jups. So, was ist das denn? So. Lass mal die Lakitos wieder ausschalten. Das sind viel zu viele Lakitos hier. Okay. Äh. 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 Ist das hier ein Ziel? Oder? Äh. Äh. es ist noch nicht das ziel gegenteil natürlich kommst du runter okay jetzt kann ich jetzt noch mehr schooling oder wisst ihr was schooling reimt sich auf tooling und jetzt war das weg fliegt fliegt Ballon fliegt so da 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 ha 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 okay ah ich sehe ich verstehe das okay jetzt hier hin was ist da drinnen sterne oder ja ich hab's geharrt ha ha ich bin so ein äh voraussehender so beeilung bevor es wieder umgedreht wird waaa geht's hier rein nein okay nein don't hit me don't hit me jetzt hier rein auch nicht friss friss dich satt oh ey wer sollt ihr denn ahnen dass da unten nur stacheln sind ich dachte da wäre jetzt noch ein boden oder so dann hoffe ich jetzt über den sternenkreis anfangen ja hatати 111 leben schnapps ob mir das klicks bringt klicks ja vor allem klicks klicksi da 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 ya da 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 wo ist mein Ballongi longii longi 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 longi��고 da kommt er mein Keine Mitvorgelegenheit. So. Juhu. Juhu. Wieso? Warum? Weshalb? So, jetzt aber. Oh, mein Gott. Warum? Kommt der plötzlich auf diese Wolken drauf. Jetzt geht's wieder nicht. Vor allem voll Trolling hier. So, hab sogar alle Sterne eingesammelt. Bin so awesome. So. So. So, so. So. So, jetzt hab ich die gute Münze. Ohne Todes, Ängste. Äh. Okay. Es sieht so aus, als käme ich da nicht hoch. Ja, super. So. Bum. 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 Okay. Juhu. Sterne. Also, ob ich es gewusst hätte. Oh, wieso, wieso ist er nicht weiter? Oh, Mann. Ja, ich mich beim Sternkreis anfangen. Oh, bis zum... Bis dahin ist es doch schon ewig weit. Und vor allem dieser Ballon, der, der geht mir ja am meisten auf den Sack, weil der dauert so ewig, bis der mal hochkommt. Da, 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 da. Ja, komm, der geht mir halt das Leben. So. Wenn du unbedingt mir ein Leben geben willst. So. Oh, es geht wieder los. So. Oh, wieso plötzlich? Die ganze Zeit kann ich da drauf landen, aber dann. Ja, jetzt geht's plötzlich. Aber wenn, wenn ich denn wirklich drauf landen will, dann geht's nicht. Nein, warum auch? Ich muss da nicht drauf landen. Bla, bla, bla. Oh, Mann. So. 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 Äh, ich wollte nicht so hoch. Okay. Ja, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So. So. Okay. Ja, geschafft. Oh, mir fehlen nur die Sterne. Na, super. Ich hab sogar die... Äh, jetzt hätte ich gerne einen Sternenkreis, aber natürlich fehlt mir immer irgendwas. Ah. Ich hab sogar alle Münzen und alle Plumen gefunden. Ja, ein Bonusspiel. Wenn's Memory ist, dann wär's ja gut, aber in die anderen Bonusspiele kann ich alle nicht. Da, 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 da. Roulette, setzte die Yoshis mit dem Steuerkreuz. Äh, ja, 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 bla, 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 okay. So. Äh. Ach, da kann ich noch mehr machen? Ja, komm, mach mal. Setz mal mal 99 Leben ein. Ich hab sowieso zu viele. Juhu. Äh. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich jetzt genau gemacht hatte. Oh, egal. So. Äh. Ja. Okay, auf geht's. Ich glaube, ich hab jetzt gar nichts verdient, weil ich hätte mit dem Mal irgendwie mehr haben müssen. Lift Ballett. Ähm, jo. Dieses. Geht nach links, dieses Level. Ja. Dieses Level erkunden wir im nächsten Part. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.